ich glaube wir müssen irgendwo hier am anfang glaubt ich sind irgendwo in russland oder sowas aber sind wir nicht weil die schrift ist ja unsere schrift und wenn der ton zu laut ist schreibt es in chat ich glaube es müsste passen glaube ich mit motorrad kommen beim motorrad was machen immer was macht nur motor ne schade oder beim schloss ja ganz schau ich muss mich nach rechts gehen was ist noch eine map wo sind wir wir sind ja glaube ich oder nee nummer eins oder nummer zwei ab nummer moment nummer zwei car parks da sind wir nummer eins habe ich halt oder nummer zwei obdachlose viva lässt grüßen oh da steht was blühe grüße aus niva du wirst es hier lieben schatz es gibt eine tolle kinder in der tagstätte und eine kostenlose marküre sind viele familie und das hotel ist riesig okay okay und hausmeister ah ne nicht rausschauen nicht rausschauen was hallo thomas thomas herr thomas wer ist denn thomas bitte ich höre einen neuen namen nach dem anderen vorher jack jetzt thomas also jack war hat er schon aber du tischvater aber hey wer ist denn jetzt thomas bitte oder ist das der hausmeister du willst du mich nicht rausnehmen ich werde draußen bleiben ach zu jetzt weiß ich wer thomas ist thomas ist der typ der uns angerufen hat genau wir müssen besser als das dann habe ich wieder komplett vergessen nicht eine ganze Menge Leute wussten über niva der niva der niva der niva der niva der niva wir können wir können laufen stell dich das vor wir können laufen aber wir gehen ein bisschen atmosphärisch ein bisschen besser können wir reingucken geht nicht leider ich glaube da kann man runter oder links ok kann man nicht habe in den text steht dass es ein shooter ist auch also kann man schießen irgendwann einmal irgendwie ein blerwitz gerade wir haben die andere fähigkeit können wir nicht anschauen das sind bald es kommt ein hund oder ich hoffe es wird nicht dunkel aber ich glaube es wird dunkler wenn wir in den wald tiefer reingehen hallo ja hallo oh wir haben kleine kinder ei 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 kleine kinder die hier entlang gehen kleine kinder im wald nicht so gut kombinierung gerade moment optionen hat sich das wieder verändert nur so wieso 60 bitte es hat sich wieder verändert alter deswegen habe ich die ganze Zeit nur 30 films gehabt deswegen deswegen hat sich die grafik jetzt auch verändert hat sich die grafik jetzt auch verändert fortgeschritten alter der hat sich auch alles verändert der hat sich auch alles verändert so jetzt habe ich wieder 60 films hat sich mal wieder 30 umgestellt das war kacke ich habe keine ahnung wieso muss ich ein bisschen öfter kontrollieren nachher wenn ich streame und anschaue was ist das 1968 d plus k mehr bis 1999 da ist auch eine hand da ist auch eine hand ok kann man nicht weg also nichts anschauen hm sieht aus wie ein altes fort es könnte sein mein Weg hin da gibt es irgendwelche fische was mit musketen herum buchteln so ich glaube hier kann das nicht lesen warnung erforscht sich ausgegrabenen gebeine worden die renovierungsarbeiten bis zur archäologischen untersuchung ausgesetzt aha hört sich gut an und wir gehen da rein ja und du gehst da rein und du kannst Gäste sehen keine gute kombination hier weh da kommt jetzt was raus ich hab's gewusst ach du oh mein Gott da sind jetzt oh mein das ist zu komisch irgendwie oh das ist ja ungewohnt dass man sich auf zwei Seiten gleichzeitig aufpassen hei 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 ach du herrlige Scheiße es kann noch so werden was steht da drauf tot wie alles andere in diesem Ort gleich gleich wenn du auch tot kannst du dich drauf verlassen so wie ich als Spieler ich weiß nicht irgendwie erinnern sie mich an Michael Jackson irgendwie keine Ahnung wieso aber irgendwie hei hei schmöne das Platz fühlte älter und in Misere Figuren ich glaube 1000 Jahre der Geschichte nicht nur passiert es ist bezig aber sogar in der die 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 aus bead immer Oder vielleicht nur glücklich, dass wir mit dieser Welt fertig sind. Ich hoffe, es hat uns Sinn, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben. Den Sternenstreichel, die Energieaussagen oder was weiß ich, was das ist. In any case, I figured I could use it. Energy's energy. So, that worked. Good for you, Marianne. Ah. These powers of mine, as much of a pain in the asses they were, they did come in handy sometimes. Gehen wir noch mal zurück und sagen noch mehr Kraft aus. Da, gehen wir rein. So, da war ich. Existing in zwei Welt, aber nicht wirklich leben. Ouy, ouy yo! Irgendwas wird passieren. Oh, basmine, oder wie? Firehazard, ey... Ne, so gar nicht Waldbrand. Müssen wir wegbrennen oder so? Ich erinnere mich voll an Plejowitsch, glaub ich halt das Plejowitsch heisst, das Spiel, mit Bullets. Da wäre noch so ein Easter Egg geil, wo Bullets einfach wobei rennen. Rechts oder links? Any mini my anymore bla 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 bla, den Text habe ich vergessen was da passiert, also gehen wir jetzt nach rechts vom Toten Reh. Oh, was hat dir passiert? Ich glaube die ist nicht auf einer gespenstischen Art gestorben, glaube ich. Da ist irgendwas hier. Kommt ein Werwölfe? Oder Slenderman oder sowas? Ja, dann gehen wir nach links. Any mini my anymore bla 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 bla, ich habe wieder den Text vergessen und wir gehen nach rechts. Hoffentlich war das eine gute Entscheidung jetzt rechts. Sicher keine Füße. Das ist wieder eine Sackgasse. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Wenigstens hat sie logisch verstanden nicht nachts herzugehen. Oh man, wenn sich das verändert hat. Okay, Gamma ist gleich geblieben. Okay, Gamma ist gleich geblieben. Was ist denn? Ach du herrlige Scheiße. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Folgen wir den Fußspunnen? Fußspuren sind weg also gehen wir zum Hauptengang oder auch nicht kommen in NIVA ja natürlich immer wieder gehen wir ab Ich konnte ihre Geschichten, Wörter, Bilder, Gefühle, die hinterlassen sind. Hallo? Ist jemand da drin? Locked. Obviamente. Es muss noch ein anderer Weg sein. Und wo gehen die hin? Achso, die gehen da auch da hin. Dann gehen wir nach rechts. Verdammt. Der Handel ist weg. Vielleicht könnte ich es mit etwas verändern. Kichern? Ich habe nichts von Kichern gehört. Ah. Ich denke, es ist eine geschlossene Wendung da drin. Wenn nur ich es zu erreichen könnte. Parkour. Eieieiei. Das kann dauern, bis ich das gefunden habe. Gott sei Dank kann man laufen hier. Und sonst sind wir alt. Oh, da ist ein Pfeil. Ach du Scheiße. Dem neuen sozialistischen Freizeit- und Erholungszentrum Teil. Wir sind in Polen. Wir sind in Polen. Polnische Volksrepublik. Ah. Wir sind in Polen. Artemikl, Mr. Rekowicz und den Entwurf vom Bau des Niederessants. Oh. Wir sind in Polen. Ah. Das ist der Parkplatz. Wir sind wie bei der Nummer 2, was wir bei der Map gesehen haben. Die ganzen Pfeile was am Boden liegen. Gehen wir mal hier. Wir brauchen ja so einen scheiß Griff oder wir müssen irgendwie rauf. Hier ist auch nichts. Wie ist ein Pfeil. Doppeldetektiv. 1993. Bordhausen. Nieu. Sie wird es weg. Weißt du unten im Tepport. Oh. Handhold Mobile Phones. The Picture of Communication. Ich benutze gerade meine Hände für Chat. Ich benutze gerade meine Hände für Chat. Ah. Ah. Aber es kann nicht schon gewesen sein, oder? Ah. Ah. Können wir da rüber? Oder ist das eine? Ah. Wir können da rüber. Hallo? Räder? Ja. Wo können wir da rein? Wo kann man da rauf klettern? Alter. Aber ich wette, wenn wir es gefunden haben, ist das so eine leichte Aufgabe gewesen. Und ich renne da wieder eine Stunde herum. Ich hoffe nicht. Können wir da auch nirgends wo irgendwie rüber klettern. Hey, alter Timer. Jetzt. Was ist eine gute Maschine wie du, in einem Ort wie dieser? Das ist wahrscheinlich ein sparees Bett. Räder. Wahrscheinlich. Niva. Niva. Das ist Nia drei. Der Sommer ist wohl er gegangen. Blablablabla. Blablabla. Er gewiss sagte er würde mich gerne behalten. Kannst du das glauben? Nicht dieses Mal versprochen. Oh. Ich hoffe, du wirst nicht bemerkt, wenn ich, äh, Ihn, äh, deinen Trunk spiele. Genau. Manche haben den Kopf von vorne gehabt. Manche Autos. Nicht viel hier. Obwohl, das könnte in Hande kommen. Oh, da können wir aufmachen. Au! Scheiße! Was zur Hölle? Ei, ei, ei. Hört mich nicht erschrecken. Niemand hier. Wo war es da? Das war das Kind. Das Kind, das Kind, das himmlische Kind. Ach, das, der Wind, der Wind, das himmlische Kind. So war das, genau. Ei, 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 ei. Gehen wieder zurück. Diesmal gehen wir... Ne, 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 nicht rechts. Gehen nach rechts. Nehmen den Schraubenzieher. Und machen auf. So begann der große Dumpster-Heist von 1999. Ich glaube schon, das Kind kann uns helfen zum Schieben. Wenn ich schon hupen kann, kann ich es mitschieben. Ich beginne zu fühlen von deinem Scheiß, Neva. Äh... Du... Du... Du wirst es wert sein. Ich frage mich, wer auf die Begräbnisstätte aufpasst, während wir wechseln. Jetzt glaube ich wird mehr so einen Tag dauern. Jetzt steht das Kind bei uns. Dann hat alles gebrochen. Wenn du wirklich geglaubt hast, dass da einfach was passiert. Hallo? Anyone? Thomas? You there? Ich glaube nicht, dass er heißt, oh, der Duckling. Polische Legend. Polischer Legende der Drache von... Pavel Hügel, Part 4. Warum fallen meine Zähler, Zähne aus? Zurück zur Schule. Wortsworträtsel und mehr. Äh, ist das Schnee... Ist das Rotkäppchen? Ach, du heilige Scheiße, ist das Grott? Du bist hier. Nummer 3 ist Recepze. Nummer 4 ist Aufzüge. Nummer 2 sind die Treppe, ist die Lobby. Nummer 5 ist der... Da gibt es einen Pool. Da gibt es eine Sauna. Und da gibt es einen Daewoom. Was ist ein Daewoom? Erkonten. Beförderung. Die nächste Geschichte, wenn du liebst. Äh, ich weiß, dass ich vermogen habe, das ist... Aber raste mal, ich werde befördert. Ja wirklich, ich bin der neue Stabsschrift. Das könnt ihr jetzt wirklich sehen. Blablabla. F. Und am Ende hat sie ihn verlassen und erst durchgerührt und hat alle umgewacht, oder? Und da ist das Massaker. Oder? Oh, ich glaube da war Thomas, oder? Magie? Oder was hast du jetzt vor? Hallo? Thomas? Oh, oh. Easy, Marianne. It's just a good old fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Nur, dass du Geistes sehen kannst und du dich umbringen können. Das ist der Unterschied. Ach, der heilige Scheiße, trefft mich jetzt auf einen Geist, oder was? Mal durchlesen. Zinner Speed, ähm, Zinner sei verdammt. Ich meine, Leute, nicht auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zur zweiten Welt. Ja. Was für ein Arschlauch gerade. Wie die aussieht. Ich habe so kleine Kinder. Die Gruseligasche. Oh ja, ich habe so viele Freunde hier. Aber sie sind alle weg. Was hat etwas passiert mit ihnen? Ich will wirklich nicht darüber sprechen. Das ist okay. Also, du leben hier? Alles selbst? Mhm. Du wirst nicht glauben, wie es etwas überrascht wird. Oh oh, das ist besser. Du dretst dich. Das Ort muss es sein. Oh ja. Es ist so busy. Menschen kommen und gehen. All die Zeit. Immer mit jemandem zu spielen. Das muss man gut sein. Es war. Es war. Nicht mehr. Also... Sag mir, was passiert? Ich bin... 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 nur ein paar von ihnen. Aber... sie wurden sehr schrecklich. sehr schrecklich. Sie können sich schmerzen. Danke. Aber ich kann sich selbst selbst ausführen. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes. Would you play with me? Just for a little while? It's been so long since I've played with anyone. Okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Uh, let me think. Uh, I've heard that name... I've heard that name... Take your time. Oh, yeah. The second floor! We can look there! Come on! Wait! I can't go that way! Hey! Damn! I need to get up there somehow. No. We can't teleport to another world. No. Oh, 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 my God. Oh, no.